Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Deck World 2. So, wir machen uns dann jetzt direkt mal weiter an den grunzelnen Schwein. Und sind immer noch auf der Ressourcenjagd. So, dann mache ich jetzt für euch auch wieder eine 20 Minuten Folge mal wieder. Die letzte Folge war ja ein bisschen kürzer, aber ich habe ja dann jetzt heute wieder ein bisschen mehr Zeit. Alter, wieso finde ich so viel Kobalt? Normalerweise sollte man auch die mehr finden. Das ist ja echt krank. Da ist nochmal Nether Quartz oder Nether Quartz. So. Das ist doch schon mal sehr schön. Ähm, ich habe mir jetzt auch schon mal irgendwie jetzt schon überlegt, was ich auf jeden Fall nach Deck World 2 machen werde. Und es steht bei mir auch schon fest. Wartet sein wird. Äh. Ich lasse euch da mal was grübeln. Könnt euch aber auch schon mal drauf freuen. Cooles Display. Okay. Zwar auch wieder Minecraft. Ich muss mich irgendwie einfach mal... Alter, dieser Gast. Der geht mir jetzt schon auf die Nerven. Und ich sehe ihn noch nicht mal. Ähm. Auf jeden Fall. Könnt euch freuen. Wird zwar wieder Minecraft, aber... Ist ein cooles Minecraft heute machen werde. Ja, okay. Könnt euch jetzt auch großartig sagen. Ja, ne. Das ist übelst kacke. Das will keiner sehen. Ich will schon sofort die Zuschauer vergaulen. Oh, scheiße. Hat der gerade durchsiegt? Einen. 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 Einen ordentlicher Treffer und einen Schlag. Und der ist... Ja. Da ja. Jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Komm runter, komm runter, komm runter. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Nein. Sehr schön. Und wir haben eine Gasträne sogar bekommen. Ich würde sagen, der Plan ist außerdem aufgegangen. War zwar gerade nicht der beste Plan, aber es war ein Plan. Und da ist schon direkt der Nächsten, der sagt, ihr wollt mich doch auch alle verarschen. Ja. Ja, dann fliehen wir mal gleich hier rein. Die Musik hat aufgehört. Wieso hat sie aufgehört? Ah, die war zu Ende. Wieso finde ich jetzt eigentlich so viele Netherfestungen? Kann mir das mal irgendeiner erklären? Ich habe da jetzt schon wieder vergessen, wo die andere war. Ah, hab aber Salz. Ich werde auf jeden Fall jetzt in dieser Folge schauen, wie sieht das aus. Ja, da komm schon mal was mitmachen. Oh nein, 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 nein. Oh scheiße, scheiße. Oh scheiße, 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 scheiße. Und jetzt nix mir weg, ich bin fast tot, bin fast tot, lalalala, ich lebe noch, so soll das sein. Gehen wir hier mal vorsichtig runter. So, wir sind jetzt am Thema vorsichtig, ja Pikachu ist gut, haben sie überlebt. Ich werde auf jeden Fall mal so ein bisschen, oh da ist ein Magma-Slime, ein Magma-Tube. Ich werde es auf jeden Fall hier noch ein bisschen Läser-Porter bauen. Ich sehe schon kaum einen Schlag und wir sind sowas von tot. Ja, hast ja erreicht, komm, wir warten jetzt mal an den hier. Warte, warte, ne ich mir die Angst, ich mache mir hier nur die. Ja, sehr schön. Ah, eine Magma-Creme. Was willst du denn mehr? Vielleicht jetzt weiter. Komm, dann nehmen wir uns hier noch den Nether Quartz mit. Mit den Modifyern werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen warten, weil wir werden dann jetzt mal gucken, dass wir langsam mal ein paar Ressourcen kommen, ein paar mehr. Und da habe ich auch schon so eine kleine Idee, wie ich das machen werde. Ne, da ist nichts. Da ist noch Kobalt. So ein bisschen A-Reit mehr werden aber auch nicht schlecht. Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt es vorbei und setzt den A-Reit hin. So. Noch ein bisschen Nether Quartz. Sehr schön, das ist eine ordentliche Quelle. Ja, dann haben wir hier. Hier wird es hell, hier wird Lava sein. Ja, und Nether Quartz. Ach, das ist aber hier ein Frischgang. So. Ich habe auf jeden Fall auch schon mitbekommen, dass euch die Musik sehr gut gefällt. Das freut mich auch, denn mir gefällt es auch. Nein, ich bin nicht hier. Ignorieren mich einfach. Hier ist noch ein Nether Quartz sehr gut zum Holen. Ne, in den Glowstone komme ich nicht so wirklich dran. Und so schnell. So, dann geht es jetzt auch schon wieder direkt weiter. Ich bin teilweise echt ein bisschen konzentriert am rumlaufen. Ich will nämlich nicht so gerne sterben. Deswegen noch teilweise ein bisschen leiser gucken und dass ich noch den Weg zurück finde. Aber ich glaube, das kann ich jetzt schon wieder vergessen. Dann werde ich mir einen Durchgang graben müssen. Habe ich gerade Durchgang gesagt oder Durchgang? Ich glaube, ich habe ganz ehrlich Durchgang gesagt. Kann ich doch mal zurückspulen. Weil das war bei mir dieser Moment. Dann können wir uns ja gleich nochmal so einen Durchgang graben. Äh, warte. Moment, Moment, Moment. Jetzt am Denken, jetzt am Denken, jetzt am Denken. Was hast du jetzt gesagt? Hast du Durchgang gesagt oder Durchgang? Und dann fragst du nochmal nach und dann bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Ich weiß gar nicht, ob irgendeiner auch diesen Moment kennt. Mit Pick Iron sollte ich ja auch noch was machen. Ähm. Habe ich gerade gesagt, ja, ist alles kein Problem. Jetzt habe ich aber nur noch eine Frage. Wollt ihr da mal so die Werte von wissen? Oder? Wie sieht das aus? Bald hätte ich mir überlegt, ob ich mir vielleicht einen Schüssel aus Pick Iron mal mache. Scheiße, scheiße, scheiße. Klar, ich steppe höre die Nacht vor wieder. Kobalt. Ja, das sieht gut aus. Was ich auf jeden Fall auch gerade gesehen habe. Da ist ein Minus. Und da oben sind zwei Arleid. Okay, das täge ich mich jetzt mal gerade hoch. Alter, Arleid würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Also diese Spitzhacken kann auf jeden Fall was. Das ist echt geil. So. Da muss man mal ein bisschen rüber. Und schön schiffen. Dann hängen leider auf. Ui. Ja. Das war jetzt sehr positiv. Kann man hier relativ kurz wieder irgendwo hin? Oh-oh. Oh-oh. Ich will dort nur überleben. Ich weiß nicht, irgendwie passen die Musik gerade richtig. Ich bin doch nicht da. Au. Wir werden so weit von drauf gehen hier. Leute, ich glaube, heute kommt der zweite Tod im Let's Play. Und jetzt bezüglich. Nevermind. Jetzt aber. Ich mache sowas mit mir weg. Vergiss den Skill, den habe ich einfach. Ammonium, Chloride. Kann man immer brauchen. Ich weiß noch nicht, wofür es ist, aber man kann es immer brauchen. Ah, Reaktor-Craft. Kann man immer brauchen. Ich komme jetzt hier einfach mal was her. Und hoffe einfach mal, dass ich die Geschichte lieber nicht auf Lava stoße. whoo- Hier sind wirklich 2 bis 3 Gas Ich glaube ich kotze im Strahl Engage Den könnt ihr machen Nice, er hat sogar 2 Tränen lagelassen Oh und jetzt wieder Eine Netherfessung und Kobalt Ihr könnt euch nicht erzählen, dass das nur eine Netherfessung ist Also dass es mehrere Fessungen sind Das wird eine Fessung sein So Alter wie viel Kobalt ist denn hier Ich hab schon 18 Nanananananana Aber so ein bisschen adert wird trotzdem noch schön Schau ich mal ganz kurz los hier rein Ich glaub hier komm ich ganz Gut vorbei Mal Das ist eine blöde Sonnenwitzesgeläser Oh nein Ich bin im Kreis gelaufen Dann gehen wir jetzt mal eben hier entlang Und hier sieht es zu mir schon nach einer Sackgasse aus Ich benutze jetzt mal so für ein paar Sachen noch die Bronze Pickaxe hier Mal gleich Mal gleich ist die Elomite kaputt Die haben wir schon gut runter gedroppt Die müssten wir dann echt mal reparieren Kommen wir dann hier an der Seite gut vorbei Dann würde ich mir jetzt einfach hier lang graben Ich wollte das schon grad gesagt haben Bald hängt kein Kobalt mehr mit Das war der größte Witz aller Zeiten Und da kommt schon die Bestrafung Kodakobold nehme ich jetzt aber noch schnell mit Kodakobold nehme ich jetzt aber noch schnell mit So Alter höre ich schon mal aufzubrennen Alter Alter Nein Frag dich Alter Fidde Jetzt bloß kein Gas Das für das Stimmste was passieren könnte Kodakobold 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 Also ich hier muss jetzt echt aufpassen Noch ein Fehltritt und ich bin sowas von tot Kodakobold 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 Ich will mal da drüben hinfliegen. Aber die Zombe Pigments sehen ja auch in den Pizzerpäckchen geil aus. Ah, da wurde ich nur kurz vorbei. Kobalt? Nein. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Und laufen, 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 laufen. Kobalt ab, 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 ab. Okay, perfekt. Weiter und tschüss mit mir. Alter. Da. 23 Kobalt. Ah, hier ist aber auch gerade ein bisschen mehr an der Festung. Also mit den Festungen habe ich hier echt krasses Glück. Hier Sammlerrot. Ich werde den Trick einfach kurz vor dem Fall nochmal gleich eröffnen. Dann reisen wir von Robert kurz hier runter, weil der Traumatie so ist. Das war jetzt die awesome Idee wieder. Einfach so tief wie möglich, damit der Gas eine perfekte Schusslinie auf mich hat. So, jetzt sollten wir erstmal hier wieder ein bisschen sicherer sein. Dann schauen wir mal, dass wir uns ein bisschen... Naja, aber da ein bisschen wieder hochgraben. Das ist einfach nur eine Mining-Folge. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall hier die Aufnahmen unterbrechen. Ich würde sagen, dass wir noch ziemlich gut was zusammengekommen sind. Unter anderem auch drei Gas-Trainern und zwei Blaze-Wats. So, was willst du mehr? Vielleicht ein bisschen mehr, aber wow. Okay, den Spruch könnte ich euch noch öfter bringen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht Anleger und Kritik. Ihr kennt den Mist. Einfach alles in die Kommentare. Rollst du noch, ich würde sagen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn das wieder ist, äh, let's play Attack World 2. Bis dahin, tschüss.